So, lass mich mal eben gucken. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So, und zwar... Boah, erinnere ich mich. Warte mal, da ist der Bahnhof und... Haben sie den Park da eingebaut? Warte mal, ich glaube, der müsste... Hier hinten, glaube ich, war das. Nee, hier ist dann Pankras. Da. Da will ich mal hin. Da will ich mal einmal hin. Wartet. Ich will mir angucken, wie das aussieht, wo mein Hotel war, wo ich damals das erste Mal nach London gekommen bin. Nee, warte, das muss in die Richtung gewesen sein. Das Haus kenne ich nämlich. Nee, 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 warte, 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 ich muss in die andere Richtung. War das hier hinten? Und zwar ist da der kleine Park. Oh, ist das geil. Oh, ich feiere das gerade so sehr, ne? Hier ist dieser kleine Park. Also, so ein Parkplatz ist wirklich nicht viel. Das war auf jeden Fall ein Park. Und hier... Nicht da, sondern da in der Straße, da. Eins der Häuser, das war nämlich ein Hotel, wo ich damals, ähm, als ich in London angekommen bin, dann gewohnt habe. Die ersten zwei, drei Tage. Super, geil. Okay, nice. Äh, was haben wir denn da? Ähm, öffentlich zugänglich, Technikpunkt. Apropos Technik, ich kann doch jetzt bestimmt was... Boah, ich kann voll viel bauen. Okay, okay, warte. Hex, Waffen... Ähm, wie viele Punkte habe ich denn? Oh, 60. Ich könnte, ermöglicht Doppelsprünge und Sprints ergänzt eine Tarnung, die manuell aktiviert werden kann. Ich glaube, ich baue das erstmal aus, weil die Spinne nutze ich doch häufiger. So, was haben wir denn hier? Elektrostatischer Fausthieb, der Gegner in einem Treffer bewusstlos schlagen kann. Okay. Sehr gut. Ich wollte aber eigentlich gucken, wo wir jetzt hin müssen. Da unten. Heißt, hier haben wir immer noch Theresa Green. Dann will ich erstmal da hin, mir die Technikpunkte holen. Boah, ich feiere dieses Spiel einfach so sehr. Ach, der ist auf dem Boden gekotzt und dann gefurzt. Ist ja ekelhaft. Das ist einfach nur ekelhaft. Hier in der Ecke war übrigens immer McDonalds. Der ist auch vor oben. Let me have a look. Lieferung übernehmen? Nein. Die Frage ist gerade, wo kann der denn lang? Jetzt habe ich hier zwar einen Spider-Bot, aber ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Doppelsprung. Oh, warte mal. Oh, toll. Oh, toll. Wie kann ich denn den Doppelsprung machen? Achso, das ist nicht der, den ich habe. Wow. Ach, Mist. Warte. Ich schaff das. Ich komme da rüber. Und heb. Aber hier hoch. Da lang. Wow, okay. Die Frage ist jetzt gerade. Da hin. Heb. Zack. Zehn Technikpunkte. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Okay. Okay, das ist schon geil. Happy Halloween. Oh, ja. Happy Halloween. Ähm. Stimmt. Ja. Oh Gott. Ich bin ja gespannt, wie euch heute Mittag, Nachmittag das gefällt mit dem Spiel, was ich mir überlegt hatte. Mitnehmen. Weil. Ja. Oh. Okay. Oh, das war, äh, das war gut. Äh, weil wir werden nämlich versuchen, am Stück Bioshock zu spielen. Ich bin, ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich glaube aktuell ist, dass ihr besser zu Hause zu bleiben. Hm. 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 Ja, ja. So, lass mich mal gucken. Technikpunkt. Will ich nochmal da lang? Also diese Post-Austragungsgeschichte, weiß ich nicht. Da müsste ich mich mal schlau machen, ob das wirklich was bringt oder ob das einfach nur Kohle bringt. Weil nur Kohle ist mir egal. Ich verdiene hier gerade so schon relativ gut und ich wüsste jetzt nicht, wofür ich Geld brauche. Weil Klamotten würde ich mir nicht holen. Hm. Weiß ich nicht. Macht, glaube ich, dann irgendwie wenig Sinn, ne? Bloß ich finde halt die Standard-Klamotten von denen so geil. Ich liebe seinen Turnbott hier. So, einmal nachladen, bitte. Okay, einer ist noch da draußen. Oh, okay. Das ist doch die Theresa Green. Naja, ist dann halt so, ne? Hey, 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 hey. Naja, komm. Naja, komm. Oh. Be safe. Be prepared. Jetzt gucke ich gerade noch mal. Hier könnte man raus, aber das ist mir gerade zu tricky. Die, die sind mir gerade zu tricky. Ja, gut. Ich liebe das, wenn er das so sagt. Aha. Oh. Hm. 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 Äh, der Ersten. Wir werden den Ersten Bioshock spielen. So. Der Zweite ist zwar auch okay, aber ich mochte den Ersten lieber. Der hat mich damals einfach so geflasht, als ich ihn das erste Mal gespielt habe. Lass mich raten, ich soll jetzt mal tauschen. Äh, Team. Wen haben wir denn? Also, wir haben die Hackerin. Uh. Uh, die ist wirklich gut. Woher ist die? Kryptoskimmer. Schlüsseldieb. Schockhack. Hm. Aber ich mag ihn eigentlich. Warte mal, was hat sie denn für eine Biografie? Alter, 20. Oh Gott, die sieht viel älter aus. Habe beide. Will es für Playstation Plus? Äh, umsonst war beide Teile. Ich hab alle drei. Äh, ich hab auch alle drei. Ne, ich glaub den zweiten hab ich nur einmal gespielt. Die anderen beiden habe ich mindestens zwei bis drei Mal gespielt. Ich mag das. Uh, zehn Stunden bist du schon hier. Nice. Äh, sucht häufig nach Mahlzeiten beim ersten Date. Marsch für Frauenrechte-Teil, äh, wird nach Trinken von brauner Soße direkt aus der Flasche online gemobbt. Gestaltet animierte GIFs, trug Gegenstände bei sich, die beim Bahnhof St. Pancras International konfisziert wurden. Äh, ich habe nur das. Hm. Ich möchte hier aber eigentlich wieder die Dings haben. Die Spideboard. Ne, ich bleib erstmal bei Eric. Ich glaube, ich werde Eric spielen, bis er tot umfällt. Es gibt einen dritten, äh, Infinite. Wildshock Infinite, das ist sozusagen der dritte Teil. Okay, let's jump in. Okay, I'm here. In theory, the AR reconstruction should allow me to use various sources of surveillance data to rebuild past events. Access a data relay, and I can scrape all the metadata for this area. Gegenspielerin? Oh, nice. So, lass mich mal eben gucken. Da vorne. Das ist also meine Gegenspielerin. Hm. Hast du mal Genshin Impact gespielt? Oder denkst du, dass du das mal anzockst? Das weiß ich nicht. Hallo, Wolf. Mein neues Game wird Cyberpunk 2077. Ich warte auch drauf. Ich warte auch drauf. Aber wahrscheinlich bin ich dann erst mal mit Assassin's Creed beschäftigt. Mir geht's blendend. Mir geht's absolut blendend. Spinneninteraktion. Okay. Hmm.